Dieser Renault Twingo ist hier zum Verkauf angeboten. Vier Personen haben in den wendigen weißen Fünftürer Platz. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Tagfahrlicht, ABS, ESP, elektrische Seitenspiegel und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 71 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017